da gehen wir noch mal ganz kurz man zur falle ja und warten mal ein bisschen und da haben wir schon langsam die zombies kommen so und da kommt schon die ersten skilette angehüpft am besten würde ich hier so stehen dann kann die drops alles hier an den hopper lang gelangen hüpfen nicht so weit daneben einfach so jetzt nur machen krank ganz entspanntes und in der zeit konnte man wieder was trinken kuckuck kaka kommt ihr jetzt mal gut sie wollen ich ich hätte das schwert unten lassen können aber ok eigentlich brauche ich jetzt sehr viel eisen oder ich mache es halt wie ich es gesagt habe ich mache ein paar stein spitz hacken so machen wir noch eine eisen und dann sieben stein wir können wir ganz kurz schauen ob wir das hier unten sind sehen irgendwo müsste eigentlich dann hier lang gehen tatsache wir sehen das gar nicht mehr und ich bin jetzt einfach bloß zu blind was eher wahrscheinlicher ist ach ja gut nur da gehen wir so unten bitte meinen labern nun rum labern gut mein an sich ist es ja nicht mehr ist eigentlich nur noch gang verbreitern und erstmal nach unten graben das ist ja nicht gut also hier ist das die offizielle höhe 1 2 3 4 5 ja es ist die höhe die eine höhe die wir brauchen mit der wir arbeiten und ich muss gleich mal bei mir etwas das licht an machen es wird gerade etwas sehr dunkel schlimm wenn man am viertel 10 noch aufnimmt aber auch nicht komplett auf so das war jetzt quasi gerade die nachricht auf die man gewartet hat beziehungsweise auf die ich gewartet habe ich mache noch mal schnell hier so ja 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 ist doch schön in der beziehung ist was feines so fragen euch seid ihr in eine beziehung neugierde pur wenn ja ihr könnt hat gern das kommentar schreiben oder halt auch mit dem positiven bewertungen da lassen das wird eine schnippelei für mich sehr viele folgen ich muss reden denn erstmal auseinander schneiden dann rendern und aber wieder heißen immer gut vom eisen brauchen wir noch eine ganze menge ach ja langsam gehen wir über die sprichsthemen aus über was ich reden könnte nur langsam langsam aber stetig schon wieder diese zombies wie wir nur ein was wollen mein hören gibt's nicht meins ist meins aber wir sind gleich so gut wie unten auch nur so gut wie da noch ein paar umblicke aber finden wir wieder eisen sehr nice leiser teiser eisen da hat sich auch noch eins versteckt ja 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 ich bin bestimmt mal leiser geworden es tut mir sorry passiert halt wenn man halt mal doch mal einen zentimeter von mikrofon wegrutscht unbeabsichtigt natürlich passiert das schon mal wo die auskleidung immer ja mal separat machen so immer mal wieder nicht jetzt alles auf einen schlag weiter mehr blöde das wird dann so ungefähr 100 folgen machen und sich tausend eisen in jetzt kosten oder kappels und weil wir die wände rausreisen müssen so das war streich 1 1 1 halb jetzt kommt noch der letzte streich von 2 hier dürfte ja keine hülle sein und hören sie nur an sich nur rumpflegen so wie ich früher na da war einmal verkehrt nein ich möchte hier in diesen steinhallemeere gehen sie ist auch schön dankeschön für den fall dass ich mich verbauere was möglich ist da müssen wir noch die fackel neu platzieren und und eisen tollemen zu mir mein eisen müssten sie auch gleich geschafft haben sage ich jetzt schon seit stunden stunde ungefähr haben es gleich geschafft nur noch das ausmessen das ausmessen daran bauen dort lang bauen ja aber jetzt haben wir es wirklich relativ geschafft ich muss bloß noch mal die fackel neue setzen und darauf müssen dann später noch zu machen ja ich mache das jetzt auch der gefahren dass wir was bohnen könnte aber derzeit wo ich hier schnell runter runter bin so hier noch eine hin kein mega super haben aber das selbst wenn da habe ich uns gefällt können bauen na ja immer schön das eisen einschmerzen ich will es aber nicht mehr als spitzhacken verwenden wir brauchen uns ja für die ganzen tracks rails kann ich tun auch wieder ausmachen monomiter block für block mal wieder kämpfe ich mich hier durch versuche nicht zu sterben mal wieder und hoffe dass ich immer noch laut genug bin nicht zu leise und ich muss wieder was trinken ich muss unbedingt mal so eine flasche holen mit strohhalm entschuldigung aber eine geölte stimme klingt doch besser als eine trockene stimme ging komisch auch für mich gerade so wird das ist ja die strecke hier und wieder reisen gut ich fahre nicht runter erstmal gucken und statt dass ich nur weg baue so gut aber ich denke ich mache erstmal hier nennen schnippel die schnippe ja kommen wir auch noch gut hier kommen eigentlich glaswand machen so so ihr müsst noch da bleiben so weil hier muss ich noch einmal mit facken arbeiten und ich muss nach hinten aufpassen nicht dass ich hier runterfalle kommt nicht gut genau das liegt nein die macht die schaube So, wir machen eine Kostasin. nur weil da gerade noch die fackel ist mache ich das noch frei so dann hier ein glas front hier ein glas und weiß auch nicht die ecken mit stein mache noch schnell ein paar stufen dass wir eine seite gut hoch und runterkommen sagte er und verbaut sich gern und baut auch gerne doppelt wer baut nicht gerne doppelt ich baue immer gerne vermehrt doppelt ach ja jetzt schon wieder hier oben gut aber nicht desto trotz mache ich jetzt den angekündigten hat wir sehen uns in der nächsten aufnahmesession wieder wenn es euch gefallen hat nicht vergessen kommentieren und kommentieren immer kommentieren nur kommentiert nicht mehr eigen abonnieren nur wenn es benügt aber kommentiert kommentiert was das zeug hält noch gut und spaß bis gleich